Ein Mercedes-Benz ML350 ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in diesem großen schwarzen, fünftürigen SUV Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 29.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2014. Der SUV verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Xenonscheinwerfer, Navigationssystem, Tagfahrlicht, Anhängerkupplung, Schiebedach und noch vieles mehr. Der Allraddiesel hat eine satte Leistung von 258 PS und wird über ein Automatikgetriebe gesteuert. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Inzwischen Ostrad Rel recherche. Bis zum nächsten Mal. Mach. 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 Mach.